I'm riding, I'm always extra careful and I like to burn my tires hotter than you can always smell, the rubber burning as well, beyond the limit of stopping or going safe, destruction, devastation, that's my place, welcome home, put your feet up, let's begin, time trials is ready, b-b-b-baby it's in, ready to pass the full gear flying. So, ja, Hallihallo und Hallöchen zu Butzi-Teste-Demos, ja, wir spielen jetzt einfach mal Trials Evolution Gold Edition und wir schauen mal, so, jetzt ist das Ganze hier schon wesentlich besser, ja, ähm, übernehmen. Ja, ähm, ja, wir spielen Trials Gold Edition, Trials, wie heißt es denn jetzt? Genau, Trials Evolution Gold Edition, ja, ich spiele das jetzt einfach mal und teste es auch einfach mal an, ja, die Musik war am Anfang so laut, das war ja schon extrem, ähm, wobei ich sagen muss, wir machen das nochmal ein bisschen leiser, irgendwie ist das, ähm, ein bisschen störend. Muss ja nicht ganz so laut sein, machen wir mal auf 25 Prozent, dann passt es so, so, steuerung, gucken wir mal, zurücklehnen, links, rechts, ja, bremsen, x, ok, zum Kontrollpunkt, ah, gut. Okay, ähm, nein, nicht Gamepad, Tastatur brauchen wir. Ja, 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 ich hätte wieder falsch gespielt, hopp, 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 hohuh, zurücklehnen, A, vorlehnen, D, Gas geben, W, bremsen, S, ok, das ist schon mal gut, Absprung, U, zum Kontrollpunkt, neustarten, Pause, ok. wir probieren es einfach mal ist das erste mal dass ich sowas macht und wir probieren es einfach mal wir sehen ja was dabei rauskommt standard geist freunde wort 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 nicht auf mein persönliche beteiligt bestleistung von brennt ein wort 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 macht wir auch noch mal so metrisches system vibration ja ich glaube beide tastatur vibriert nicht das haben wir mal aus übernehmen so ich würde jetzt aber gerne spielen also nicht blöde bin ich blöde erfolge geht das jetzt hier oder was so wird gespielt ok ziel des spiels ist es jede strecke möglichst schnell und dabei fehlerfrei zu absolvieren wer die strecke schafft bekommt eine bronze medaille bessere leistungen werden mit wertvoller medaille belohnt fehler ein fehler liegt vor wenn ein fahrer mit dem motorrad einen salto macht oder zu viel schaden aus der umgebung einsteckt nach einem fehler wird dein motorrad an dem letzten kontrollpunkt zurückgesetzt den du passiert hast denk daran dass fehler der ausschlaggebende faktor bei der wertung sind egal wie schnell du die strecke geschafft hast es ist immer besser mit weniger fehlern und langsamer ans ziel zu kommen technik parcours werden im verlauf des spiels in der technik arena freigeschaltet jeder technik parcours hat einen eigenen schwerpunkt der angezeigt wird das spiel beginnt ok es ist doch schon einiges ich will euch jetzt auch nicht voll haben hier ich würde ja gern mal das spiel starten wenn ich wüsste wie auch hier einzelspiele wer lesen kann ist klar im vorteil ja noch mal rennen starten fresh country hd lagerhaus das lagerhaus die lizenzprüfe machen wir mal geschwindigkeit ok kann man ja lizenzprüfen motorrad schauen wir mal was da unten rauskommt ja das eichhörnchen da ist ja recht lustig achte scheiße die gas geben es bremsen ad9 zum letzten kontrollpunkt ich glaube okay ja man ja ich habe sowas vorher noch nie gemacht ach man das geht nicht hey was will denn der man ja und nu also ich raff es nicht ich raff es nicht das geht doch gar nicht so kommen wir nicht vorwärts ja also ich raff es nicht ich raff es nicht ich raff es nicht ja aber jetzt mal ganz im ernst toll ich hätte einfach nur fahren müssen ich bin ich blöd ich versuche zu springen und alles mögliche und dabei hätte ich nur fahren müssen das ist klar wenn man solche spiele vorher nie gespielt hat kann man das nicht wissen also verzeiht mir das an den kontrollpunkt einen kontrollpunkt posten erreicht dort du kannst mit es zum zuletzt aktivierten kontrollpunkt zurückkehren oder mit ganz neu starten neige den fahrer mit einfügen und entfernen neigen ist sehr wichtig um hänge zu meisten in der luft das gleichgewicht zu halten sowie sowie für wheelies und andere profitechnik technisch ich habe gedacht das kann man mit dem machen ein 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 das hat weh getan definitiv ja neues motorrad freigeschaltet piranha 250 ouch da ist uns einfach mal das klavier auf die auf den kopf gefallen klar schmeißten waggon nach hatte scheiße kommt noch was ja klar schießt und ist klar ist echt saulustig das spiel schmeißen sie einfach mal ein klavier und ein zugwaggon auf uns ja du hast die lizenzprüfung absolviert ok nächstes spiel wobei garage wir haben noch neues motorrad oder nicht kopfbedeckung mein fahrer ok farben anfassen ich will rosa mann ich will rosa ok meine motorräder aber eine blaue und das wird auch rosa so haben wir das nicht gemeint aber so sieht es auch ganz geil aus was das ok könnte man auch rosa machen wir machen alles rosa alle so können wir noch nicht machen ok mx gabelmanschetten ok ja gut so viel können wir hier noch gar nicht machen ich muss mich da kenne mich da auch nicht so besonders gut aus metallteile das haben wir hier hinterrat hammer ähm oder rat ok ähm pf haben wir sonst noch was das haben wir ein an da da auch da